Mein Name ist Christian Schmitz, ich bin Lehrschulinhaber und Universitätsprofessor am Sales Management Department der Ruhr Universität in Bochum. Mein Vortrag beschäftigt mich mit dem Vertrieb digitaler Lösungen. Ich zeige auf Basis einer Studie unter 577 B2B-Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz, was sind professionelle Gestaltungsansätze, was sind Herausforderungen beim Vertrieb digitaler Geschäftsmodelle und Lösungen. Ich freue mich auf die Diskussion, vielen Dank, bis bald.